Musik 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 Ich bin auf der einzige Wegweiserweiten und ich fahre dagegen Der fackt in falsche Richtung Obwohl Fackt auch Bist du ein Mongo? Ernsthaft? Nein! Wollte grad sagen, wie wär's? Wir fahren doch mal den anderen Weg und gucken, ob wir dann da lang fahren können Nein Alter, sind's Die Viecher wieder hinter mir Ernsthaft? Okay Das freut mich für dich Dein Claptrap-Kumpel käme bestimmt durch dieses Hyperion-Kraftfeld Aber er ist veraltet Er braucht ein Software-Upgrade Mordecai müsste haben, was du brauchst Er campiert in der Nähe des Reservats Ich glaub, er ist nicht zu sein, ob er das ist Boah, ich hab jetzt schon kein Bock auf die Viecher Problem ist, wir müssen sie killen, weil gleich die ganzen Badass-Loader kommen Oh Können die Loadouts sich einfach helfen? Der Fucky ist gegen Slack-Resistent Ja, dann greif halt nicht mit Slack an Ja So War das gar nicht mal schwer, ne? Mordecai ballert da immer noch rum Mordecai ballert da immer noch rum Hast du dich gemutet, oder was? Äh, nein. Ich red nur einfach grad nicht Ah Willst du nicht so... Kein Bock auf Riesenballerei Okay Ich lauf mal mit der... Ihr trefft euch jetzt auf Mordecai und der gibt dir die Sniper oder sowas Äh, ist doch was Ey, ich hab das... Roland hat schon alles geäckert Meine Daten sind alle auf einem Chip im Bloodwings Halsband Auch dein Claptrap-Upgrade Aber ein paar Hyperion-Schweine haben sie ins Reservat entführt Ich bin froh, dass du da bist Ich such seit einer halben Stunde alles ab Aber da scheint dein Job für mindestens zwei Leute zu sein Wenn du durch die Werft rankommst, kann ich dich zu Bloodwing führen Hol mein Vogel zurück, dann kriegst du dein Claptrap-Upgrade Ah Auf geht's Ich werd dir helfen, wie im Tundra Express Da läuft Ich schieße sogar ein Objekt, bringt dich zum Lachen Er hat Bloodwing gekidnappt, damit ich mir in die Hosen pisse Und damit ruhe, dass wenn meinem Vogel irgendwas zustößt, dass ich bla 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 Aber Blood und ich haben viel zusammen durchgemacht Und ich weiß, dass sie auf sich aufpassen Okay Nico, kannst du dich an die Stelle noch erinnern? Ich glaube ja, wir sind ja auch ein paar mal verreckt Sniper Style Alter, ich ziehe den voll wenig Granate Ja Zum einen Nö Na Gip Wir haben jetzt nämlich die Party am Laufen. Ne, die ging jetzt irgendwie los, ne? Jetzt ging es los. Erstmal zurückgehen. Jawoll, wie geil. Nico, nicht killen. Ja. Den hast du beschädigt. Nimm jetzt den nächsten vor. Ah, der ist auch beschädigt. Oh, der ist auch beschädigt. Ups. Nicht killen, sonst drückt die Verstärkung nicht an. So. Alle haben eigentlich kein Leben, oder? Willst du das wiederholen? Ich muss einen killen, halt. Jo. Ey, wir haben einen erst beschädigt. Was? Alter. Alter. Das sind drei Stück beschädigt. Oder vier. Ah, da fehlt noch ein einziger. Nein. Unter deinem Missionstext geht es auch, wie viel du beschädigt hast. Ein Gunloader ist doch voll. Das ist ein Scherz. Alter. Brauchst du Hilfe? Nee. Mal kurz die Einzelschuss-MG drauf, da kann ich einigermaßen basieren. Was? Warum steht dann doch null beschädigte Loader? Wir haben keine Beschädigte Loader. Die Taite haben verarmert. Ich meine, die Scherz. Ich meine, die Scherz. Ich meine, die zu beschädigt, dass sie keine Arme mehr haben, oder was? Kannst du mich nachholen? Oh. Der müsste eigentlich auch beschädigt sein, der hat gar kein Leben mehr. Scheiße, einer beschädigt? Zwei beschädigt? Alter. Alter. Was soll das denn? Ganz geil, Nico. Einer beschädigt? Hinter uns ist einer. Alter, ich bin direkt gestorben. Und, wie läuft es bei dir so? Wir haben einen beschädigt. Ja, wir hatten vor zwei. Toll. Was hauen die mir eigentlich so viel Schaden rein, Alter? Kann sein, dass die mit dem Totenkopf daneben, dass wir die immer beschädigen müssen? Weiß ich nicht. Hä? Wo können wir die töten mit dem Totenkopf daneben? Ich glaub die... Da, der ist beschädigt, so. Ich glaub wir dürfen nur Loader beschädigen. Alle anderen können wir töten. Die mit dem Totenkopf können wir jetzt auch nieten, ne? Ja. So, beschädigt. Man soll sich verrecken. Okay. Also. Ja, Mann. Boah, dann kann ich den nicht töten, ey. Groovy. Die Tür ist jetzt offen. Geh rein und finde Bloodwing. Bleib stehen! Ach. Too easy, Alter. Einfach too easy. Alter, killen die echt viel schneller, ne? Ja. Da fliegen welche rum. Drohnen. Nicht mehr lange, komm rein. Haha, gönn dir mal. Der einen Drohne fliegt mal eine Granate hinterher. Wenn du sie findest, findest du auch dein Claptrap-Upgrade. Alter, gib dem mal den, der da hinten steht. Dann feuere ich die ganze Zeit. Was ist das denn für ein verkacktes Licht? Da reicht die ganze Zeit. Na, der bringt nichts. Engelhoftverwechst. Super Badass Loader, ja so sieht er aus Check ich den mal wirklich ein Brauchst du Hilfe? Ja, oh ja Wie kannst du denn weggehen? Alter Kann hässlich werden Ja, oder ist schon hässlich Steht wieder Okay, ich nicht Aber gleich lebe ich wieder Weißt du, hab ich gewusst Brauchst mich nicht retten, ich kill den Hängelhaften Bist ja ganz Shisha Ja Wir machen das mit Deckung, okay? Alter ich mach 84k mit dem Raketenwerfer an dem Ding Ich muss kurz Waffen wechseln Alter der steht neben dir Ich muss kurz mal zurückziehen Ja, ich geb dem bisher aber mein Slack Schaden, ich werd aber auch sterben Hier kurz den Hängelhaften hier, ah sorry Okay Ne, ne, war zu spät Ich will mal fikt nach Lebst du wieder oder? Ich lebe die ganze Zeit Das erhöht natürlich meine Todesrate ein wenig Das erhöht natürlich meine Todesrate ein wenig Geh an weiter zurück Geh an weiter zurück Alter die sind verkackte Drohne ey Ich hab ihn gleich da Ich hab ihn gleich da Ja der wird an meinem Slack stürmen An meiner Kurositz-Teilschaft Alter Ja ich hol den, ich hol den Ihr seht Der ist ein bisschen zweiter Oh leck mich Ich glaub ich hab mich so dabei für zwei Ist doch nicht immer'n schwierigen Kerl Ja klar spring dir da hoch Danke Nico, kannst du mich holen? Äh Negativ glaub ich Warte Ja Sehr negativ Neben dir ist ein PDW-Loader Komm schon, 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 komm schon Ja man Äh Ja so halb Alter Diese verkackten Drohnen Ey Na hinter mir war ein PDW-Loader Schaffst du's? Du wirst klappen Okay Ja ich lab wieder Ja ich auch Fangen wir mal an Fangen wir mal an Diese Drecksdrohnen alter Ohja Bitte mal Tipp, bleib in Deckung, ich stirbs noch nicht so oft Nee ich hab grad Gunsirken an, dann konnte ich dann Im Flug sterben Alter danke Wenn's gleich wieder voll ist, neb ich ihn hoch Greif mich im Aggro Greif mich im Aggro Greif du ihn an, solange er mich im Aggro hat Oh Waffe Greif du ihn an, solange ich im Aggro hab Ja Ich hab Aggro Ja Ja Ich greif ihn wieder an Okay ich hab sie wieder Ich schweb ihn hoch Was? Was hat mich gekillt? Was hat mich getötet? Krieg ich in Deckung, krieg ich in Deckung Kann ich grad nicht Oh Kann ich grad nicht holen, Moment Komm in Deckung, komm in Deckung, komm in Deckung Ich geh um die, äh hinterher Alter Ich muss gleich hochheben, ich brauch wieder Life Mach das Der Nico Mach nen Raketenwerfer ready Bist bereit Er ist auf der anderen Seite Ja ich renn grad auch immer außen rum Und drauf geht's Nicht mit mir Ich bin tot Hab mich selber gekillt Bich zu mir rüber I'm crouching Fuck ich geh sofort drauf Hol mich, hol mich, hol mich, hol mich Ich hab grad Legs Hol mich Ich hab grad Legs Ich hab grad Einen Du bist ein Mongo Ja Ich musste die Aufnahme abbrechen gerade Warum hast du jetzt grad Legs für die Sterbe des Kackes Ich hab die Aufnahme nochmal rein